Hallo ihr Lieben, heute zum 1. Dezember habe ich eine ganz besonders schöne Geschichte für euch. Und zwar, wie ihr sehen könnt, das Geheimnis der Weihnachtswichtel von Sven Nordquist. Ich habe es heute zufällig in einer Buchhandlung gefunden und es stand da ganz allein in einer Ecke und ich habe mir gedacht, ich nehme es mal mit. Sven Nordquist hat übrigens auch Peterson und Findus erfunden. Naja, manche sagen Petterson, aber ich sage Peterson. Warum hat sich bei mir so eingebürgert? Naja, also fangen wir an. Deutsch von Maike Dörries und illustriert auch von Sven Nordquist. So. Es war Heiligabend. Der Schnee lag weiß und still über dem Hof. Es dämmerte und in den Fenstern der Küche und der Stube leuchtete es heimelig. Dort wurde gerade der Weihnachtstisch gedeckt. Der Wichtelvater und seine Tochter Polka standen auf dem Heuboden und sahen dem Knecht Oskar durch ein paar Astlöcher dabei zu, wie er körbeweise Feuerholz ins Haus trug. Er war sehr vorsichtig, weil er bereits seinen guten Anzug anhatte. Sieh mal, da kommt der Hausherr mit dem Schlitten voller Verwandter aus der Stadt zurück, sagte Polka. Dann kommen bestimmt auch bald die Kinder in den Stall, um den Tieren ihr Weihnachtsfutter zu bringen. Und um den Wichtel eine Schale Reisbrei hinzustellen, sagte der Wichtelvater und rieb sich genüsslich den Bart. Du und dein Reisbrei, sagte Polka. Was ist eigentlich so Besonderes daran? Mamas Reisbrei ist mindestens genauso gut. Keine Frage, sagte der Wichtelvater. Aber es geht ja nicht nur um den Brei, sondern um die Anerkennung, die die Menschen uns damit erweisen. Das ist ihre Art, sich für all das zu bedanken, was wir Wichtel im Laufe eines Jahres für sie geleistet haben. Und dann fürchten sie natürlich, uns zu verärgern. Denn ein erzürnter Wichtel bedeutet mindestens ein Jahr Unheil und Elend für die Menschen auf dem Hof. Und glaub mir, ich kann sehr zornig werden, wenn sie vergessen, mir ihre Anerkennung zu erweisen. Da ruftet und schackert man das ganze Jahr. Lachte Polka. Du hast ruften und schackern gesagt, aber das heißt doch schuften und rackern. Der Wichtelvater wollte streng gucken, was ihm aber nicht gelang. Ich muss es wohl auf ein andermal verschieben, dir Manieren beizubringen. Und dir einschärfen, dass du dich nicht über dein alter Vater dich lustig machen sollst. Aber heute ist Heiligabend und jetzt wollen wir doch mal schauen, was unser Weihnachtsessen macht. Ja, rief Polka. Und danach gucken wir uns den Weihnachtsmann an. Ja, ahmte der Wichtelvater Polka nach. Und danach holen wir den Reisbrei rein. Die Wichtel wohnten oben auf dem Heuboden hinter einer Tür, die nur sie selber sehen konnten. Kein Mensch hätte vermutet, dass dort jemand lebte. Doch hinter dieser Tür verbarg sich eine Kammer, die genügend Platz für eine ganze Wichtelfamilie bot. Die Wichtelmutter deckte gerade den Weihnachtstisch und Polka, ihr Ältester, rührte in dem großen Kessel über dem Feuer. Mit seinen fast elf Jahren war er jetzt groß genug für diese verantwortliche Aufgabe. Immerhin war das Weihnachtsessen die feierlichste Mahlzeit des ganzen Jahres. Am Heiligabend gibt es bei den Wichteln eine Suppe aus allen Kräutern, Beeren und Pilzen, die sie im Laufe des Jahres gesammelt haben. Vom ersten Huflattich-Spross bis zum letzten Hallimasch und dazu frisch gebackenes Brot aus vier Getreidesorten. Und das Weihnachtsbier der Wichtel hat die besondere Eigenschaft, süßer und schwächer zu schmecken, je jünger der Trinker ist und herber und stärker, je älter er ist. So konnte die kleine Pilka mit ihren knapp vier Jahren genauso viel trinken, wie ihr 427 Jahre alter Großvater. Der Wichtelvater und Polka erzählten, wie sie vom Heuboden aus beobachtet hatten, aber die Wichtelmutter hörte nur mit halbem Ohr zu, weil sie über eine sehr ernste Sache nachdenken musste. Wichtelfrauen können nämlich alle wichtigen Ereignisse voraussehen. Das ist sehr praktisch, denn so kann die Wichtelfrau ihren Wichtelmann schnell losschicken, wenn etwas in der Stube bei den Menschen eine glühende Kohle aus dem Ofen hüpft, damit er sie schnell löschen kann. Oder sie kann ihn vorwarnen, wenn sie sieht, dass die kleine Anna gleich aus dem Bett purzeln wird, damit der Wichtelmann schnell einen Stuhl vor das Bett schieben kann. Heute war die Wichtelmutter besonders beunruhigt, weil sie vorhersah, dass der Hausherr an diesem Abend die Schüssel Reisbrei für ihren Wichtelmann vergessen würde. Die Menschen waren in dieser Beziehung seit einigen Jahren ziemlich nachlässig geworden, genau genommen, seit am Heiligabend der Weihnachtsmann zu ihnen kam. Sie fanden es offenbar überflüssig, dem Wichtel eine Schüssel Reisbrei nach draußen zu stellen, nachdem der Weihnachtsmann ihnen die Geschenke gebracht hatte. Sie vergaßen den Wichtelmann ganz einfach. Vor langer Zeit hatten die Menschen schon einmal den Brei für die Wichtel vergessen. Damals war der Wichtelvater so zornig gewesen, dass der ganze Hof samt Mensch und Tier ein Jahr darunter leiden musste. Dabei konnte ja sonst keiner Fliege was zu Leide tun. Und dieses Jahr sah die Wichtelmutter voraus, würden die Menschen also wieder die Schüssel Reisbrei für den Wichtel vergessen. Dagegen mußte unbedingt etwas unternommen werden. Denn die Wichtelfrau konnte es nicht ertragen, die Menschen unglücklich und ihren Wichtelmann zornig zu sehen. »Willst du nicht allmählich mal den Reisbrei reinholen, Junge?« fragte der Großvater seinen Sohn. »Ich mag kein Reisbrei,« sagte Pilka. »Dafür ist es noch zu früh,« antwortete der Wichtelvater. »Jetzt essen wir erst mal unsere Weihnachtssuppe und...« »Oder brauchst du vielleicht Hilfe beim Tragen?« sagte der Großvater schmunzelnd. »Ich gehe ja schon,« sagte der Wichtelfater. »Man kann ja nie wissen.« Diese Gelegenheit ließ sich die Wichtelmutter nicht entgehen. Sie nahm Pulka und Polka beiseite, damit der Wichtelgroßvater nicht hören konnte, was sie sagte. »Ihr müßt mir helfen,« sagte sie zu den Wichtelkindern. »Aber kein Wort zu eurem Vater. Die Menschen werden heute Abend vergessen, die Schale mit dem Reisbrei nach draußen zu stellen. Also werden wir die Schale selber holen müssen. Aber denkt daran, niemand darf uns sehen, denn ein Wichtel, der sich einem Menschen zeigt, verliert seine Kräfte. Und nun passt mal auf, was ich mir ausgedacht habe.« Pulka und Polka hörten ihr gespannt zu. »Was tuschelt ihr denn da?« fragte der Großvater. »Aber gerade in diesem Augenblick kam der Wichtelvater zurück.« »Da stand noch keine Schlüssel,« sagte er. »Aber macht ihr keine Sorgen, Großväterchen, das ist sicher nur eine Frage der Zeit.« »Genau,« sagte die Wichtelmutter, »macht euch deswegen nur keine Gedanken. Und jetzt gibt es was zu essen.« Die Wichtel setzten sich an den Tisch und ließen sich Weihnachtssuppe, Brot und Bier schmecken. Beim Essen erzählten sie reihum, was sie im Laufe des Jahres Besonderes erlebt hatten. Der Wichtel-Großvater kannte die meisten Geschichten. Dabei kam es auch schon mal vor, dass er von Ereignissen erzählte, die schon 150 Jahre zurücklagen, aber das störte niemanden. Plötzlich sagte die Wichtelmutter, »ich sehe was, was ihr nicht seht.« »Was siehst du?« riefen Pilka, Polka und Pulka durcheinander. »Ratet doch mal.« »Den Weihnachtsmann! Oh ja, wir wollen den Weihnachtsmann sehen!« riefen die Kinder und rannten los. »Wartet doch, wir kommen auch mit,« sagte der Wichtelvater. »Wie? Was ist denn jetzt los? Wo laufen denn plötzlich alle hin mitten in der Nacht, wo es gerade so gemütlich war?« nörgelte der Großvater. »Sie wollen sich diesen Weihnachtsmann angucken,« sagte die Wichtelmutter und hackte den Großvater unter. »Du weißt schon, der Mann mit dem langen Bart und dem roten Mantel, der mit einem Sack voller Geschenke vorbeikommt.« »Was? Wie? Herr Jemini, so ein Spektakel,« sagte der Alte. »Aber ihr kommt trotzdem mit.« »Es gab viele geheime Türen und Gänge in den Wänden des Wohnhauses,« durch die die Wichtel nun ungesehen auf den großen Schrank in der Stube gelangten. Wenig später hatten sie es sich dort gemütlich gemacht und schauten zu, wie die Menschen Weihnachten feierten. Die Erwachsenen tranken Kaffee und unterhielten sich, und die Kinder standen am Fenster und schauten gespannt in den dunklen Winterabend hinaus. Anna, die Jüngste, lief zwischen dem Fenster und ihrer Großmutter hin und her und fragte immer wieder, wann der Weihnachtsmann nun endlich käme. Pilka, die auf dem Schoß der Wichtelmutter saß, fragte das gerade auch. Da hörten sie, wie sich draußen vor der Treppe auf dem Haus jemand in Schnee von den Schuhen trat. Gleich darauf klopfte es an der Tür. »Das ist der Weihnachtsmann! Herein!« riefen die Menschenkinder. »Jetzt kommt er!« flüsterten die Wichtelkinder. Eine Gestalt mit einem langen weißen Bart und einem großen Sack über der Schulter trat ein. Mit der roten Jacke und der roten Zipfelmütze sah er beinahe aus wie ein Wichtel. Aber er war so groß wie ein Mensch. Der Wichtelvater konnte sich nur mit Mühe des Lachen verkneifen. »Das also soll der Weihnachtsmann sein!« sagte der Großvater. »Herr Jemine, was die sich heutzutage alles einfallen lassen!« »Psst! Hör zu, jetzt wird's lustig!« flüsterte der Wichtelvater und grinste über das ganze Gesicht. »Gibt es hier denn noch ein paar brave Kinder?« fragte der Weihnachtsmann mit tiefer Stimme. »Tis, tis, 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 tis!« der Wichtelvater fiel vor Kichern fast vom Stuhl. »Kommt wie ein Wichtel daher und weiß nicht, ob die Kinder brav waren. Hast du das gehört, Großvater?« »Nicht zu fassen!« sagte der Alte vergnügt. »Und weil die Wichtelmutter und die Wichtelkinder lachten, lachten auch, weil Wichtel doch schließlich alles über die Menschen wissen.« Der Weihnachtsmann ließ sich erschöpft auf einer Kiste nieder und nickte müde in die Runde, bevor er den Sack aufknotete. »Jetzt nimm dir das erste Päckchen heraus. Das sind die Handschuhe für Anna.« »Na, Weihnachtsmann, hast du ein Glück, das auf den Anhängern steht, für wen ein solches Geschenk ist?« flüsterte der Wichtelvater. Ein Geschenk nach dem anderen wurde verteilt, und zu jedem Päckchen lasse der Weihnachtsmann einen Vers vor, ehe er es überreichte. Die Wichtel folgten dem Schauspiel mit großem Interesse und tuschelten aufgeregt miteinander. Sie schlossen sogar Wetten ab, ob derjenige, der gerade ein Geschenk bekam, sich wohl darüber freuen würde oder nicht. Als auch das letzte Geschenk ausgepackt war, bedankten sich alle beim Weihnachtsmann, und die Feier ging weiter. Sie unterhielten sich und knackten Nüsse, tanzten um den Weihnachtsbaum oder spielten blinde Kuh. Die Kinder probierten ihre neuen Spielsachen aus, und Oskar besiegte alle im Armdrücken. Die Zeit verstrich, während die Wichtel oben auf dem Schrank saßen und sich von der ausgelassenen Stimmung anstecken ließen. Allmählich machte sich eine müde, zufriedene Stille in der Stube bereit. Das war immer der Zeitpunkt, an dem die Hausherrin fragte, ob vielleicht jemand Appetit auf ein Schüsselchen Reisbrei hätte. Und wie jedes Jahr gab es auch diesmal ein paar Leckermäuler. Die Schälchen wurden aufgedeckt, und Augusta trug die große Schüssel mit Reisbrei herein. Das war der Augenblick, auf den die Wichtelmutter gewartet hatte. Jetzt würde die Großmutter gleich Anna fragen, ob sie dem Wichtelmann nicht auch eine Schale Reisbrei vor die Tür stellen wollte. Und Anna würde antworten, Wichtelmänner gibt's doch nur im Märchen. Das durfte dem Wichtelvater um keinen Reisbrei auf der Welt zu Ohren kommen, weil es ihn schrecklich aufregen würde. Jetzt hieß es schnell handeln. Mein Lieber, sagte die Wichtelmutter zu dem Wichtelvater, Eines der Schafe ist zwischen zwei Brettern eingeklemmt. Lauf schnell und befreie es. Ausgerechnet jetzt, wo der Reisbrei aufgetragen wird, ich möchte so gerne sehen, wie sie meine Schale füllen. Nun geh schon, das Schaf hat Schmerzen, und nagel den Spalt am besten gleich mit einem Brett zu, wenn du schon mal dort bist. Das hätte schon lange erledigt werden sollen, beeil dich! Seubzend machte sich der Wichtelvater auf den Weg. Der Wichtelgroßvater war mit der kleinen Pilka auf dem Schoß eingeschlafen. Das traf sich ausgezeichnet. »Kinder, jetzt müssen wir uns sputen,« sagte die Wichtelmutter. »Wir machen es wie abgesprochen, und denkt daran, kein Wort zu eurem Vater. Das würde er nicht verkraften.« Damit liefen die Wichtelmutter und Pulka, so schnell sie konnten, in der Wand nach unten und versteckten sich unter der langen Bank in der Stube, während Pulka durch einen geheimen Wandgang rannte, der im Gehäuse der alten Standuhr endete. Dort begann sie, mit aller Kraft an den Zahnrädern des Uhrwerks zu drehen, bis die Uhr elfmal schlug. »Was ist denn jetzt los?« sagte der Hausherr verwundert. »Es hat doch eben erst zehn Uhr geschlagen.« Alle starrten sprachlos auf den großen Zeiger, der sich langsam aber trotzdem viel zu schnell über das Zifferblatt bewegte. »Was hat das zu bedeuten?« fragte der Hausherr. Er erhob sich von seinem Platz und ging zögernd zu der Uhr. In der Stube war es mucksmäuschenstill. Nur das Rasseln und Klickern des Uhrwerks waren zu hören. Als die Uhr den ersten von zwölf Schlägen tat, krochen die Wichtelmutter und Pulka unter der Bank hervor. Flink wie die Mäuse kletterten sie auf den Stuhl des Hausherrn. Von dort zog sich die Wichtelmutter auf den Tisch und lugte vorsichtig über den Rand der Reißbreischüsse. Die Menschen starrten immer noch wie gebannt auf die Standuhr. Mit einem kräftigen Schwung schob die Wichtelmutter die Schale über die Tischkante, wo Pulka sie aufhing. Dann hüpfte sie selber hinterher. Zuerst auf den Stuhl und dann auf den Boden, wo sie die Breischale von Pulka entgegennahm, der ihr eilig folgte. Keiner hatte sie gesehen. Von der Uhr ertönte der zwölfte Schlag. Jetzt mussten sie nur noch schnell und unbemerkt aus dem Zimmer kommen. Sowas Merkwürdiges, sagte der Hausherrn, lächelte unsicher in die Runde. Treibt hier jemand einen Scherz oder spukt es bei uns? Die Wichtel hatten bereits die Türschwelle erreicht, als der Wichtelmutter plötzlich einfall, dass der Butterkleckklicks auf dem Reißbrei fehlte. Und der Butterklecks auf dem Reißbrei war mindestens genauso wichtig wie der Reißbrei selbst. Sie mussten noch einmal umkehren. Dazu ist keine Zeit mehr, wisperte Pulka. Doch, das schaffen wir noch. Komm schnell! Die Wichtelmutter eilte zum Tisch zurück. Der Stuhl der Hausherrin war nicht besetzt, sodass sie flink auf die Sitzfläche klettern konnte und von dort weiter auf den Tisch. Gott sei Dank, das Butterfass stand ganz in der Nähe. Ohne sich umzusehen lud sie einen ordentlichen Klacks auf das Buttermesser und schleuderte in Klatsch mitten in die Reißbrei-Schale. In diesem Augenblick merkte die Wichtelmutter, dass Anna sie anstarrte. Das Mädchen trat unmittelbar vor ihr und hatte alles beobachtet. Ihre Blicke trafen sich wie eine stille Schrecksekunde lang, bevor die Wichtelmutter vom Tisch wieder auf den Stuhl und weiter auf den Boden sprang, um dann schnell wie der Blitz mit der Schale aus der Stube zu huschen. Es dauerte eine Weile, ehe die erstaunte Anna ihre Sprache wiederfand. »Mama, da war eben eine Wichtelfrau und hat was von der Butter genommen.« Aber niemand hörte ihr zu, weil alle aufgeregt durcheinander redeten, als sie an ihre Plätze zurückkamen. »Und was ist das?« sagte der Hausherr. »Wer hat mein Reißbrei stibitzt?« »Lars, warst du das?« »Nein, das war ich nicht.« »Das war die Wichtel«, sagte Anna. »Ich habe gesehen, wie eine Wichtelfrau ein Klacks Butter genommen hat und ihn im hohen Bogen in eine Reißbreischale auf den Boden geworfen hat. Daneben stand noch ein Wichtel. Und dann sind sie mit der Schale aus dem Zimmer gerannt, da lang.« Sie zeigte in Richtung Haustür. Der Hausherr lächelte seine Tochter amüsiert an. Aber plötzlich gefror ihm das Lächeln auf den Lippen, und er wurde ernst. »Oh ja, mein Guter, wir haben vergessen, dem Wichtel eine Schale Reißbrei hinzustellen,« sagte die Großmutter zu ihm. »Sei froh, dass ihr eine so umsichtige Wichtelfrau hat, sonst hätten wir diese Nachlässigkeit bitter bereut.« Der Hausherr sprang vom Stuhl, rannte in den Flur und riß die Haustür auf. Die ganze Gesellschaft folgte ihm. Im Schnee auf der Treppe und davor waren runde Abdrücke zu erkennen und daneben winzig kleine Fußspuren, die sie in Richtung Viehstall in der Dunkelheit verloren. Lars wollte zum Stall laufen und die Wichtel suchen, aber sein Vater hielt ihn zurück. »Das hat keinen Sinn, du wirst sie nicht finden.« Die Menschen gingen ins Haus zurück. Aber so viel war sicher, die Schale Reißbrei für die Wichtel würden sie nie wieder vergessen. Der Wichtelvater saß satt und zufrieden in seinem Lehnstuhl und schmauchte ein Pfeifchen. Was für ein gelungener Heiligabend, und überhaupt, was für ein gelungenes Jahr! Er war sehr zufrieden mit sich, weil die Menschen auf dem Hof ganz offenbar auch mit ihm zufrieden waren. Das hatten sie ihm mit der großen Portion Reißbrei bewiesen. Der Großvater und die Kinder schliefen längst. Die Wichtelmutter stand am Fenster und schaute nach draußen. Die Lichter an den Fenstern auf der anderen Hofseite verloschen, eins nach dem anderen. Es war Zeit zum Schlafen gehen. Die Wichtelmutter fragte sich ein wenig beunruhigt, ob es wohl Folgen haben würde, dass die kleine Anna sie gesehen hatte. Aber dann sagte sie sich, dass der Blick eines Kindes vielleicht gar nicht so gefährlich war. »Woran denkst du, meine Liebe?« fragte der Wichtelvater. »Nichtsbestimmtes«, sagte die Wichtelmutter. »Nur, dass ich die Menschen mag, die auf unserem Hof leben.« Sie legte ihre Hände auf die Schultern ihres Wichtelmannes. »Und dass ich einen sehr tüchtigen Mann habe, der sich um alles kümmert, was sie selbst nicht schaffen.« »Hm«, murmelte der Wichtelvater, »ob ich nächstes Jahr wohl auch wieder so einen großen Butterklacks bekomme?« So, das war die Geschichte von den Wichteln und dem Reißbrei von Sven Nordquist. Also, hoffentlich hat es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!